Das Shirt für 0 Euro? Du musstest bestimmt denken, Fancy Beast hat einen Stich. Okay, vielleicht einen Sonnenstich. Das Shirt hat einen Wert von 31 Euro und ist natürlich auch für Girls erhältlich. Du denkst jetzt bestimmt, wo ist der Haken? Es gibt keinen. Du musst lediglich die 4,90 Euro Versandkosten selber tragen. Aber bleib dran, dann zeige ich dir auch noch, wie du die Versandkosten einsparen kannst. Du fragst dich bestimmt jetzt, warum sollte Fancy Beast mir ein Shirt schenken? Ganz einfach, das Geld, was ich sonst immer in Werbung stecke, habe ich diesmal in diese Shirts investiert. Damit möchte sich Fancy Beast für das entgegengebrachte Vertrauen bei seinen Kunden also dir bedanken. Aber das ist noch nicht alles, denn du bekommst den kompletten Zugang zum VIP Fancy Beast Club mit allen Vorteilen, auch den Videoserien. Und so bestellst du deinen 0 Euro Shirt in drei einfachen Schritten. Erstens, klicke hier rechts auf Gefällt mir und leute auf Facebook Fancy Beast Fan. Zweitens, klicke gleich unterhalb auf den Button Jetzt Gutschein freischalten und bestätige mit einem zweiten Klick, dass es auch wirklich um dich handelt. Danach bekommst du sofort deinen Gutschein per E-Mail zugesendet. Drittens, bestell deinen Shirt im Fancy Beast Shop. Und für alle schnellen Schalter, die jetzt bestellen, gibt es noch einen Extra-Bonus, wie du die 4,90 Euro Versandkosten auf Null reduzierst. Und wie, erfährst du nach dem zweiten Schritt. Sicherst du jetzt dein limitiertes 0 Euro Shirt? Denn morgen könnte es schon ausverkauft sein. Bis zum nächsten Mal.